Hallo meine lieben Freunde meines Kanal. Hier seht ihr eine Darstellung von Mimas, einem Saturnmond. Diese Darstellung wurde erstellt von der NASA, Ice on the Solar System. Ich packe euch den Link auch unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch verschiedene Objekte in unserem Sonnensystem anschauen, könnt ihr auch von der Größe her miteinander vergleichen und so weiter und so fort. Aber heute geht es um Mimas. Ein Mond, der nicht ganz so prominent ist wie zum Beispiel Titan oder Enceladus. Bei Enceladus gab es ja bereits den ein oder anderen Hinweis, dass es dort vielleicht sogar Leben geben könnte. Und Titan mit seiner dichten Atmosphäre und den flüssigen Kohlenwasserstoffen an der Oberfläche auch ein sehr interessantes Thema. Mimas ist halt ein Mond, zumindest war es bis dato so. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten, die wirklich faszinierend sind. Dieser Mond hat im Inneren flüssiges Wasser. Das wurde jetzt festgestellt aufgrund der Umlaufbahnberechnung. Da muss irgendwas drin sein, was rumschwappt. Das heißt also, einen bestimmten Einfluss auf die Pendelbewegung des Mondes hat. Und das kann im Grunde genommen nur eine Flüssigkeit sein. Und im Weiteren kann es nur Wasser sein. Das ist ziemlich sicher. Der Mond hätte einen Volumenanteil von Wasser in Form von Eis und flüssigem Wasser von 50%. Da ist es so, wenn uns mal das Wasser ausgeht, könnte man zu Mimas fliegen und uns was holen, weil da ist sehr viel Wasser. Und gleichzeitig eben ein Ozean unterhalb der Oberfläche, den man noch nicht so gut sieht wie bei anderen Monden. Zum Beispiel bei Europa oder auch bei Enceladus sieht man an der Oberfläche Gräben in der Eisoberfläche, die darauf hindeuten, dass dort eine Konvektion von warmem Wasser im Inneren stattfindet. Dann findet man auch Informationen zum Thema Kryovulkanismus, große Dampfwolken zum Beispiel bei Enceladus. Das heißt also, das ist alles hier nicht der Fall, weil anscheinend die Entwicklung dieses Ozeans von flüssigem Wasser immer noch vonstatten geht. Und dieser Prozess tatsächlich noch nicht so lange andauert. Wahrscheinlich vor 25 Millionen Jahren hat die Entwicklung dieses Ozeans begonnen. Und es wird halt immer mehr flüssiges Wasser jetzt. Das heißt also, das Eis schmilzt immer mehr ab. Und im Inneren bildet sich also sehr viel flüssiges Wasser, ein riesengroßer Ozean. Warum das so ist, weiß man noch nicht. Das heißt also, da gibt es jetzt wenige Informationen. Hängt aber wahrscheinlich auch mit der relativen Nähe des Mondes zum Saturn zusammen. Und mit der generellen Umlaufbahnveränderung im Laufe der Zeit. Das heißt also, da gibt es auch Einflüsse, dass diese Umlaufbahn sich geändert hat in den letzten 100 Millionen Jahren. Und das kann dazu führen, wenn der Mond zum Beispiel ein bisschen näher am Saturn dran ist, dass dieser Schmelzprozess dann einsetzt, weil die Gravitations-, die Gezeitenkräfte dann dafür sorgen, dass im Inneren des Mondes die Temperatur steigt. Aber gut, das ist jetzt mal so der Stand des Wissens. Also vor 25 Millionen Jahren. Wie kommt man da drauf? Nun, das kommt eben auf die Umlaufbahn an. Und die Präzision, die Neigung der Umlaufbahn, die generellen Abweichungen der Umlaufbahn innerhalb von bestimmten Zyklen. Und darum eben die Feststellung, dass dort Wasser im Inneren ist. Der Mond ist deswegen auch ein bisschen bekannt geworden, zumindest in den Medien, weil er als Todesstern bezeichnet wurde. Das hat ihm dieser Krater hier eingebracht, Heugens. Durchmesser, glaube ich, über 130 Kilometer. Und der ist schon sehr prominent. Und auch bei den Aufnahmen, zum Beispiel bei Cassini und auch bei Voyager vorher, hat man schon gesagt, wow, das ist ja ein Riesenkrater für so einen kleinen Mond. Also er hat 400 Kilometer Durchmesser und der Krater 130 Kilometer im Durchmesser auf der Oberfläche. Das ist schon ordentlich. Und da muss tatsächlich was Riesiges reingekracht sein, dass dieser Krater entstanden ist. Aber ja, solche Vorgänge in unserem Sonnensystem gibt es immer wieder. Großen Gasplaneten wie zum Beispiel Saturn und Jupiter, die sind ja auch dafür verantwortlich, dass viele Kometen, die von draußen kommen, eingefangen werden. Die wären dann entweder auch ein Mond der großen Gasplaneten oder sie stürzen auf einen Mond, der bereits dort ist. Und deswegen also diese von Krater übersäten Objekte unter anderem auch in diesen Systemen wie Saturn und dann auch Jupiter-System. Normalerweise, also wenn bei einem Eismond sich ein Ozean darunter befindet und also eine Art Konvektion im Untergrund stattfindet und dann auch die Oberfläche verändert, dann schaut die Oberfläche ein bisschen anders aus, wenn das lange genug anhält. Weil wir haben im Jupiter-System zum Beispiel einen Mond, da kann man das wunderschön beobachten, nämlich Europa. Europa hat ebenfalls einen sehr hohen Wasseranteil und man sieht auf der Oberfläche fast keine Krater. Das liegt daran, dass hier ständig was mit der Oberfläche passiert. Das ist eine Art Plattentektonik, die dort stattfindet. Das heißt also, hier wird heißes Wasser von unten durch diese Schichten hindurch gepresst und da verändert sich die Oberfläche ständig und darum sieht man hier keine Krater. Und nicht so viele. Das heißt also, wenn hier irgendwo ein Krater ist, dann muss der ja relativ neu sein, weil innerhalb von ein paar Millionen Jahren hier die gesamte Oberfläche umgewälzt wird. Das ist jetzt bei Mimas noch nicht so. Das liegt eben daran, dass dieser Vorgang erst vor 25 Millionen Jahren anscheinend gestartet hat bezüglich eben der Erwärmung des Mondes und somit auch der Verflüssigung von Wasser, also Eis zu Wasser. Das wird aber irgendwann mal der Fall sein, dass tatsächlich diese ganzen Wassermassen, die sich im Inneren befinden, aufsteigen und dann diese Schicht durchbrechen und dann gibt es auch eine glattere Oberfläche bei diesem Mond. Das heißt also, das ist dann ähnlich wie bei Europa oder auch zum Beispiel bei Enceladus, ebenfalls ein Saturnmond. Da kann man das auch relativ gut sehen, dass wenn dieser Prozess mal über einen längeren Zeitraum dann stattfindet, dass man dann eben die Oberfläche ein bisschen anders sieht. Das heißt also, auch hier gibt es Bereiche, also zum Beispiel hier ist der Kryovulkanismus auch mit drin, das heißt also diese Dampfwolken, die hier rauskommen. Und da, wo dieser Prozess also sehr intensiv ist, da sieht man auch keine Krater, weil hier ständig das Eis sich bewegt. Das ist, ja, also eigentlich unglaublich, wie gewaltig diese Umwälzungen sind, teilweise auch auf diesen kleinen Objekten. Also das ist etwas, vielleicht erleben wir das sogar, das heißt, na gut, das ist natürlich jetzt die Frage, weil seit 25 Millionen Jahren, also wenn man das zurückrechnet, gibt es diesen Prozess auf Mimas, aber wir haben jetzt noch nicht wirklich, wir sehen jetzt momentan zumindest nichts auf der Oberfläche, dass da was passiert. Ob das in unserer Lebenszeit nochmal für so einen Ausbruch wie bei Enceladus reicht, das mag ich jetzt auch zu bezweifeln. Aber als Menschheit an sich könnte man sich schon vorstellen, dass man das irgendwann mal dann beobachten kann, vielleicht wenn man auch eine Mission da hinschickt. Ich habe jetzt ja noch gar nicht so richtig die Größenordnung von Mimas hier auch gezeigt. Wir haben ja hier verschiedene Möglichkeiten des Größenvergleiches, zum Beispiel zu unserem Mond. Also auf der rechten Seite sehen wir jetzt unseren Mond und auf der linken Seite Mimas. Da seht ihr mal, wie gigantisch diese Unterschiede sind. Und Ceres ist wesentlich größer als Mimas. Also man sieht, es ist ein relativ kleiner Mond mit 400 Kilometern Durchmesser, aber trotzdem interessant bezüglich dieser Abläufe im Inneren. So, meine Lieben, ich packe euch, wie gesagt, einen Link unten in die Videobeschreibung, also von Ice on the Solar System und auch noch einen Artikel zu diesem Thema. Wer sich also näher für dieses Thema interessiert, der kann sich das dann auch noch ganz genau durchlesen. So, meine Lieben, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020